Herzlich Willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich baue Tempo 67, der Ü50 Silberstreamer, habe heute mal wieder ein Replay mit von Jesse J. Jr. mit einem Scorpion G. Wir befinden uns auf Fischerbucht in einem zwei Stufen Matchup. Wir sind Top Tier und dann schauen wir uns die Dach nochmal an. So, kurz auf seine. So, das ist ein gutes Ding. Ja, Freimetall, Scorpion G. So, dann starten wir mal. Aus anderer Sicht haben wir, genau. Ja, genau. Jetzt ist er da. Fahr zur typischen TD-Stelle dieser Karte. Da drüben. Vorwitzigen Auto, oder? Ja, auf der Höhe 15 geschossen. War nix. Na, den müsst ihr nicht getroffen haben. So, man sollte aufpassen, dass du amix. Oh, okay, gut. Wunderbar. Angesteckt. Er hat gekurkelt. Und dann Jesse J. Da steckt er an der Panzer einfach ein. Cis? Wie konnte das noch passieren? Wenn das... Ah, das kommt mir gerade zu. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er ausgebaut hat. Anhand des grünen Sichtkreises. Denk ihm hat er keine Optik verbaut. Könnte ja weiter gucken. Ne, okay. Er hat keine Optik. Er hat Schere eingebaut. Okay. Hm, ich würde beim Skorpion-G eher Optiken einbauen. Mit seinen drehbaren Turm und alles sind Optiken besser. Gibt der Schuss denn hin? Ah, wo bin ich denn? Oh. Killt man ihm den Kill? Könnt man ihm nicht. Ja, TD ist immer so ein Spiel. Da muss man sich gedulden, dass die zu einem kommen. Das ist eigentlich der willigen Radpanzer. Ja, nicht so schnell. Man weiß, wie man etwa vorhalten muss. Aber ich habe es gerade gesehen. Das flugt sonst wo hin. So, Radpanzer auf dieser Entfernung ist nichts. Stitt 2 zu 1. Vier Schaden auf der Uhr haben wir noch nicht. Was soll man da? Ein T43, kommt er nicht drauf. Oh, Counterpart. Na, kommt er hoch. Er versteckt sich. Okay. Jetzt kommt er hoch. Oh, einzählen, einzählen, einzählen. Das sollte klappen. Baut! Weg! Hat der kräftig tolle Aua gemacht. Noch ein Skorpion-G. Ist ja ein Nest von denen heute, ne? Und die Suh. Und die Suh. Oh. Ja, kein Stabi drin oder sowas. Der Zielkreis zieht sich auf. Okay, für den Beispiel steht 6 zu 1. Sieht gut aus. Jetzt abgetaucht. Die Suh müsst ihr, glaube ich, kriegen, oder? Das ist so zu tief. Okay. Auch nicht. Gut. Aber ich steht da hinter deinem Bunker. Wollen wir schon vorsichtig sein. Auch weg. So, drei Kills. 900 Schaden ist nicht die Welt. Ah, was haben wir da? Jagdpanther. Vierter Kill. Wir klatschen jetzt einfach nur so ab. Die Gegner. Die Gegner. Die Gegner. Das Volk 9 G steht dahinter. Stand dahinter. Steht 9 zu 3. Das Spiel hat sich schnell gedreht. Jetzt gewinnt es an Geschwindigkeit. Kill Nummer 5. Wir klatschen einfach ab. Der nächste, bitte. Hier wird jeder mal bedient. So, jetzt haben wir noch drei Heavis und eine Artie. Oh, das haben wir da. und das ist leicht erwischt ok 66 kills krieger hat er saubere leistung sollte er war da was haben wir auf dem dach stehen 1427 schaden gemacht wo man einfach gucken was am ende rauskommt so war dritter klasse brandstift gekugelt klar top gun pacuji wegen zwei selbstverlafetten weil der erste sieg an dem tag also doppelte punkte so wir haben 2000 2000 schaden also wir müssen den ein da noch getroffen haben am anfang sauber getroffen super leistung sechs kills ja man kann sagen er hat über ein drittel selbst gemanagt sehr super leistung sowas fett ohne premium konnte gut was mitnehmen ja hoffe hat euch gefallen lasst ein like abonniert meinen kanal freut mich immer und bis dann heute muss ich nicht sicher